Das Telefon ist ein sehr starker Ding. Das habe ich auf dem Fehlding gemerkt. Eigentlich für die Welt, das Telefon, das ich im Haus war, das Radio, das Telefon, das Computer, die Kameras wurden schon einmal gebrückt worden, das sind dort gemerkt, das wurden erst einmal gebrückt. Lampen fehlen gleich mehr, wir haben das Licht empfohlen. Die Welt brückt auch zum Spiel, die Newspapers brücken nicht mehr. Viele Games, die immer gespielt wurden, sind dort gemerkt, da ich es fuhren. Die Geldtasch brückt euch mehr, als alle empfohlen. Die Kleindasch an der Wand sind dort gemerkt. Die Bankkarten sind dort gemerkt, haftet Fuhn zu tun. All diese Dinge, ihr noch viel mehr haftet Fuhn dort gemerkt, wenn das alle empfohlen, das alle mit dem Fuhm zu tun. Das wird weltweit angekügt und angehe ich den Weg. Viele von diesen Dingen sind so etwas, was wir als Christen nicht haben oder uns nicht würden sollen haben. Was wird das Fuhn? Wo stark ist das in uns leben? Wo krass ist das? Was wird das alles dort gemerkt? Eure Lebensmärkte dort? Familie Lebensmärkte dort? Unsere persönliche Körpers von Bern im Verbieten, besonders im Gäselchen, ist alles so, was wird das Fuhn. Krass ist das alles dort gemerkt. Wenn wir nicht wollen, die nächste Generation, die nächste Generation wird angebracht worden. Und erst wird manche junge Menschen, auch viele andere Ältere, ihre Lebens jäselig vorgestohlen von der Stärke Fuhn. Die größte ist die Familientide, die das Fuhn vorstellt hat. Das kann addicted sein. Das ist addicted. Eine stärkere Angewandheit und Verlangen, was die Menschen müssen haben, was von Alkohol oder Drugs, das verstört das Fuhn ist. Das ganz gefährlichste von dem. Das ganz wichtigste und das ganz dollste, was das dollste addictive ist, ist, was da genannt wird, Tick Tock. Viele Menschen sind gebungen an Tick Tock. Ein Alkohol, ich würde lieber ein Tag ohne Alkohol aus ohne Tick Tock. Das ist bloß ein von allen Dingen, was das Fuhn braucht, zum uns im Gäselchen, körperlich, in und aus, von Bern und von Büten, dort merken. Ganz bis auch. Die Technologie ist von dir, das gefährlichste Ding. Exami sagt ja, viele Menschen wurden verloren gönnen. Wurden nicht an dürfen, wann Cellphones der Technologie nun nicht wie ab der Welt gekommen. Es ist ein sehr gefährlicher und ein sehr starkes Ding. Und wenn Pfizer pfieferst auf und sagt, es hat keine Gemeinschaft mit den Anfruchtbaren, mit den Anfruchtbaren Worten, in der Distanz. Und so wieder. Das Cellphone ist, der Brüggen ist ein sehr guter Ding. Aber wo du das gemerkt hast, haben wir viele Modellen und haben viele Call-Receiving, wort es überhaupt wenig mehr gebrückt. Wenn alle anderen, die wird in den Fuhn rausgenommen, all das wort es allhaft verdorben. Da wird wenig blieben von den Fuhn. Ein Mensch fängt immer Flakker um zu leben. Immer Flakker. Du hast nicht studiert, du hast nicht gebetet, du hast nicht irgendeine Schrift gestudiert. Und viele, viele Lehrer, viele Präger brücken von der Google um ihre Botschaften abzustellen. Von woher kommen die sehr starken, sehr powerfulle Botschaften, wenn es noch kein Ziel von wir. Die kommen durch den Heiligen Geist, nur die Menschen, die sich gut bieten und studieren. Von dem wurden wir die meisten Botschaften abgestattet. Von Google, und Wurden sehen. Unter ihrer Botschaften aufschrieben. Von YouTube-Botschaften. Von viele, viele gefährliche Botschaften wird es sein. Viele verlehrerische Botschaften wird es sein. Wird es sein, durch die Technologi-Totgestalt und aufgekapiert. Und von der nächsten sind. Und von der Welt aus. Aufgehakt. 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 Und von der Technologie. Und nicht allein dort, das nicht nur das Dir. Sie bringen dort ihre Konsul. Und es geht um diese Menschen dazu, das sind die Minderung quell. wo die woher dargestellt waren, die woher prägerINGt sind, die wir haben hat das Schuld. Die Eltern wollten nicht kennen, nicht ohne zu sagen, dass wir an die Kinder eine Tür gebracht, eine Schule gebracht und du warst dort gelehrt. Wir haben da nichts mitgetan, empfehlen von uns, wo wir sein, wie wir in den Saal zu werden. Das Fuhren ist sehr gefährlich. Gott gebt uns die Kraft. Wir können die Kraft haben. Wir können das nicht erreichen. Die Dinge, die sehr nutzbar sind in dieser Abgespiegel-Welt, viele Dinge würden auch nicht gut tun. Business würde nicht ran. Viele Dinge würden nicht mehr funktionieren, weil die Technologie nicht mehr wäre, das alles zu veranstalten. Das wird von der Arbeit. Aber es ist viel mehr zu sagen, wie ihr verliebt habt, wie ihr von der Haal. Das wird viel höher, als ihr nutzbar ist. Bis zum nächsten Mal. Für mich selbst, und für die, die ihr plattest. Und lasst die, von den Fuhrenbrücken in die Stadt, dort wie dort von Brücken. für uns ist Co OK. Vielen Dank. Vielen Dank.